Das Hotel Cordial Mogan Playa liegt in Puerto de Mogan in Gran Canaria. Das Hotel Cordial Mogan Playa ist sehr beliebt unter den Gästen. 97% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 1446 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,6 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Service. Der Service des Hotels ist überragend was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 5,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,6 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,2 von 6 Sonnen vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.